Information zur S52 nach Kärzers. Die S52 nach Bündnis Nordbrünnel-Wettzeit-Kärzers-Abfahrt. 10 Uhr 34 wird ca. 12 Minuten später abfahren. Grund dafür ist starker Schneefall. Eine Gleisänderung zur S2 nach Langnau. Die S2 nach Wankdorf-Konolfingen-Langnau-Abfahrt. 10 Uhr 42 verkehrt auf Gleis 4. Information zur S2 nach Langnau. Die S2 nach Wankdorf-Konolfingen-Langnau-Abfahrt. 10 Uhr 42 wird ca. 14 Minuten später abfahren. Grund dafür ist starker Schneefall. Information zur S2 nach Laupen. Die S2 nach Europaplatz flammert Laupen-Abfahrt. 10 Uhr 50 ist noch nicht fahrbereit. Grund dafür ist starker Schneefall.